Ja, also schon mal nicht verliebt. Gut, dann bitte die Gegenseite anfeuern. Mons Momelo. Zwei relativ große Schilde, große, schwere Helme, aber zumindest schon mal die gleiche Waffelänge. Mal schauen, was passiert. Guck mal, das hat auch was hoch. Guck mal, das reicht nicht, denke ich, wir haben von Funkturban an der Schulter. Guck mal, das ist noch was geworden, hat der jetzt auch? Nein, du kannst stehen, Schatz, du bist okay. Ich will nur nicht, dass die Kinder hinter mir nichts mehr sehen. Wunderbar, gewisses werden unter Schafen, machen wir jetzt durch. Wir dürfen auch während des Campus anfeuern, das sind Sportler, die brauchen das. Warten wir ein bisschen Lärm hier. Wollen wir uns auf dem Bodenstein setzen? Das ist auf dem da hinten. Die bewegen sich. Aber die wollen, dass der euch nicht anfeuert. Warte! 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 Warte!